Was hältst du von der Falknerei? Komm, mach mal ein kurzes Q&A. Wir machen ein kurzes Sonntags-Kaffee-Q&A. Das gefällt mir eigentlich. Das könnte man eigentlich mal einführen. Ich kenne einige Falkner. Das sind also Menschen, die überwiegend Raubvögel halten und die machen das aus jagdlichen Gründen. Und der eine hat einen Falknerschein, weil er ein Tierpfleger ist und im Zoo so Flugshows macht und so. Sein Lieblingsvogel ist da übrigens ein Marabu. Und er hat immer so schön gesagt, Robert, das Geilste ist, wenn ich über die Zuschauer die Marabus jage. Ihr wisst, wie ich Tiere in Gefangenschaft finde. Das finde ich eher so mittel. Und bei der Falknerei ist auch die sogenannte Anbindehaltung erlaubt. Das heißt, die Raubvögel von Mäusebussard bis Geier, von Falke bis wie auch immer, die darf man, soweit ich das weiß, anbinden. Und dann hocken die die ganze Zeit auf dem Stock mit so einer Haube auf und so. Das finde ich alles eher beschissen. Die Vergrämung von Tauben mit Falken. Weiß ich nicht, ich muss mich mal mehr in die Thematik der Falknerei einarbeiten. Ich kann nur sagen, ich mag einfach Falken in Freiheit. So, das heißt ja nicht, dass ich was gegen die Falknerei habe. Da kenne ich mich einfach zu wenig aus. Und der Typ, der den Marabus hat, der ist auch ein wirklich toller Mensch und ein sehr tierlieber Meister. Aber er sperrt halt auch Vögel ein. Ihr wisst es. Schwierig für mich. Was hältst du von Citizen Conservation? Ich weiß nicht, was Citizen Conservation ist tatsächlich. Ich könnte mir vorstellen, dass das Menschen sind, die Conservation machen, also Umwelt- oder Naturschutz. Oder meinst du Cuprum29, meinst du Citizen Science? Citizen Science ist nämlich ziemlich cool. Das wäre zum Beispiel, wenn ihr... Wo ist mein Handy? Ich habe eine App auf dem Handy. Guckt mal, könnt ihr das sehen? Da. Ich habe ja ganz viele Apps auf dem Handy. Aber es sind so ein paar Bestimmungs-Appen. Da ist ein Insektenführer dabei. Insekten und Tagfall der Sachsen-Anhalt. Und da kann man Schmetterlinge und so weiter bestimmen. Und wenn man dann eingibt, wo die fotografiert, wo das Foto entstanden ist, GPS-Koordinate und so, dann ist das Teil einer wissenschaftlichen Arbeit. Und damit kann man die, ich sage mal, Verbreitung von Schmetterlingen und Insekten in Deutschland am Ende mitgestalten. Das heißt, die Wissenschaftler wissen, da wurde ein Bläuling irgendwo fotografiert, an der an der Stelle. Die gibt es da also noch. Das nennt sich dann Citizen Science. Da gibt es viele coole Sachen. Da können wir mal... Lass uns da... Guck mal, ich schaue ab schon wieder. Es ist so geil. Citizen Science. Im Prinzip ist, wenn die Taucher mit der Geisternetz-App vom WWF Geisternetze finden und es da eintragen mit der GPS-Koordinate und ich dann die Stellen abfahre mit meinem Team und gucke, liegt da wirklich ein Geisternetz. Das ist auch so eine Art Citizen Science, würde ich sagen. Besitzt du einen Plan, was genau passiert, wenn dir mal etwas passiert? Entführung, Verletzung, Tod hast du dafür schon einen Plan? Weil deine Arbeit ist ja mitunter immer sehr, sehr gefährlich. Ja, das kommt auf das Land an, wo ich so bin. Und für mich selber ist das immer relativ einfach, wie ich aus so einer Nummer rauskomme. Scheiße wird es immer, wenn mein Team involviert ist. Das heißt, Paula Regisseurin, das ist das schwierigste Wort im deutschen Sprachgebrauch, Björn, Nico, Basti, Kameramänner und so weiter. Da mache ich mir immer mehr Sorgen, weil die Leute mir viel bedeuten. Und die dann rauszukriegen, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Da muss man einen sehr guten Plan haben. Aber meistens habe ich einen Plan dafür. Und auch, also Plan B und manchmal auch Plan C. So ist es. Guck mal. Servus, kommt mal was zu deinem Bike im Hintergrund. Und Marc, ja, machen wir mal. Wir machen mal irgendwann mein Scott Genius. Gehen wir mal rein. Vielleicht rede ich da mal drüber, wenn ich Fabio besuche, den Schäfer. Was hältst du von Greta Thunberg? Muss man sich mal überlegen. Also, ich glaube, den Namen kennen jetzt viele Leute auf der ganzen Welt. Die ist eine Symbolfigur für Fridays for Future. Die hat dann mit ihr angefangen. Skolstreichforsklimatet. Eine Schülerin, der das Klima wichtiger ist als die Schule. Hochbegabt, bisschen autistisch. Was nicht schlimm ist, weil autistisch bin ich, glaube ich, auch in einigen Belangen. Nicht diagnostiziert, aber ich glaube daran. Leute, wenn ihr wüsstet, was ich alles so treibe. Oder was mir alles auf dem, womit ich Schwierigkeiten habe. Menschen zum Beispiel. Krasse junge Dame. Und guck mal, mit 16 so eine Weltberühmtheit zu erlangen und eine Symbolfigur für den Klimastreik, Klimawandel zu sein. Das ist nicht einfach. Das geht nicht spurlos an einem vorbei. Und dann die ganzen Anfeindungen von Klimawandelleugnern, Besserwissern, Meinungsmachern. Ich habe Aufkleber gesehen. Fick dich, Greta. Auf solchen ultra krassen PS-Monsterkarren. Das finde ich alles beschissen. Und man darf nicht vergessen, es ist eine kleine junge Schülerin. Und das ist sie auch immer noch. Ich habe einen riesen Respekt vor ihr. Und ich möchte nicht in ihrer Haut stecken, weil ihr müsst euch mal überlegen, dass das eine Person ist, die kann ja im Prinzip dafür, wofür sie steht, nämlich Nachhaltigkeit und Klimaschutz, die darf ja niemals Auto fahren oder sich in ein Flugzeug setzen oder sonst irgendwas machen, weil sie sofort mega krass angefeindet wird. Das fände ich nicht so geil. Ich werde ja auch immer wieder angefeindet, aber wisst ihr was? Dann trinke ich einen Kaffee, höre ein bisschen die Eisprinzessin, Let it go, let it go. Und dann lasse ich es gehen. Also ich finde, Greta, sie hat meinen höchsten Respekt, um das nochmal zu Ende zu führen. Kleine, feine Maus, die alles richtig macht. Schon gut. Die hat die Welt ganz schön aufgerüttelt. Dürfte nicht vergessen. Nimm mal den Fuß vom WLAN-Kabel. Ja, sorry, ich lade gerade was hoch. Was sind die unangenehmsten Anfeindungen, die du erlebt hast? Ach, unangenehm. Guck mal, also wenn mir jetzt Freunde irgendwie auf den Schlips treten, dann ist das alles scheiße, klar. Das passiert auch, wenn man Freunde kommen und gehen. Der Fabio Schäfer, an den muss ich mal denken, den kennt ja auch den Radfahrer. Der hat mal gesagt, ich will das jetzt nicht falsch wiedergeben, aber ich meine, mich erinnern zu können, dass er einige Freunde verloren hat aufgrund von Neid. Das ist immer scheiße, wenn da was passiert. Ansonsten, wenn einen Leute anfeinden aus dem Internet, in Kommentaren oder in Nachrichten oder in E-Mails, das sind ja Leute, die kenne ich gar nicht. Dann kann ich dazu auch wenig sagen. Dann feindet mich das eigentlich gar nicht so richtig an, muss ich ehrlich sagen. Ja. Aber da kommen schon Dinger, wo du denkst, Motherfucker-rin. Ich würde am liebsten, sag mir das doch mal, wenn du mir gegenübersteht. Hat aber noch keiner. Wirklich, ohne Scheiß. Das ist wie beim Gemeinicke. Da schreiben ja auch wieder die Leute Sachen, wo ich immer denke, dann guck den doch nicht. Wurdest du mal operiert? Einige Male. Ah, geile Aktion. Richtig geil. Kann ich mal kurz erzählen. War nicht sehr schön. Ich sag euch ja immer, ich würde gerne vom weißen Hai gefressen werden oder von irgendwas Krassem oder bei einem Hardcore-Nature-Unfall draufgehen. Aber ich wäre, wann war denn das? Ich glaube Anfang 2020. Also Corona gerade, ja genau, es muss Januar 2020 gewesen sein. War ich auf einem Meeting in Köln und habe am Abend vorher einen Salat gegessen, liebe Freunde, mit Kürbiskernen und habe während des Essens gesprochen, das soll man nicht machen, und habe diesen Kürbiskernen eingeatmet und habe dann so und habe dann geschluckt und dachte, weg ist er. Dann war ich beim, das war an einem Montag, dann war ich, Dienstag ging so, am Mittwoch beim Kampfsporttraining und war beim Sparring nach zwei Minuten so platt, dass ich kaum noch atmen konnte und völlig im Arsch war und total krass am Ende und dachte, Alter, das kann nicht sein. Also du bist zwar jetzt nicht gerade sportlich auf der Höhe, aber das war gar nichts. So, und dann, einen Tag später, war ich am Flughafen und bin fast zusammengebrochen, ist mir schwarz vor Augen geworden. Dann bin ich noch in der Notaufnahme gehechelt und habe gesagt, Leute, ich glaube, ich habe einen Kürbiskern quer an der Lunge stecken. Kann das möglich sein? Tja, hatte ich. Kleine Lungenspiegelung, der Kürbiskern kam raus, die Lunge sieht aus wie eine Eins, das war mir das Allerwichtigste und zack, hätte ich beinahe das Leben an den Kürbiskern verloren. Das wäre auch schwach gewesen. So, Freunde, sorry für den Lag hier im Video, es geht nicht anders, ich lade gerade was hoch. Es ist nicht anders möglich. Hast du was mitbekommen, was im Maramea für tot erklärt wurde? Ja, für tot vermutlich nicht, aber ich muss da nochmal reingehen, ich habe mich mit der Thematik noch nicht richtig gut beschäftigt. Catdog, hattest du mal Probleme mit Insekten oder anderen Dingen auf deiner Expedition, dann gibt es unter Wasser auch sowas wie Parasiten und Zecken, die gefährlich werden. Oh ja, Insekten hatte ich schon einige Probleme, von Botfly, also die, die Larven unter die Haut legen, bis, ja, Mückenstiche, die sich entzünden, Sandflies, dies, das, Einzeller im Darm, die sind beschissen. Unter Wasser, sowas wie Parasiten und Zecken, ja, gibt es immer wieder. Unter Wasser gibt es, boah, Tauchen in der Karibik ohne Kopfhaube, mit Licht nachts und dir flippen Würmer und alle möglichen Viecher in die Ohren, richtig asozial. Macht keinen Spaß. Hi Robert, meine kleine Tochter hat versehentlich die toten Haie in deinem Buch gesehen, sie war sehr traurig, sie ist zwei. Ninja, 1401, frag mich mal, wie traurig ich war. Das coole ist, deine Tochter wird, wenn sie groß ist und es dann immer noch Haie gibt, vermutlich ist die Scheiße wie Finning dann endlich verboten. Das fände ich geil. Vielleicht hat deine Tochter Schwein. Schaust du selbst Bear Grylls? Habe ich früher geguckt, da war ich aber noch kleiner. Bear Grylls gibt es ja auch schon 100 Jahre, ne? Habe ich natürlich habe ich mal reingezogen. Wie schmecken vegane Schnitzel? Ich habe doch neulich mal ein Foto davon gemacht. Zeige euch das mal. Ich finde das nicht so scheiße. Ich finde das sieht gut aus. Und das schmeckt mir auch noch. Die Frage aller Fragen, hast du schon mal einen Blauwal gesehen? Na freilich habe ich schon mal einen Blauwal gesehen. In? Vor Island, glaube ich. Vor Chiloa Island in Chile. Vor den Azoren war ich auch mal kurz mit einem Blauwal im Wasser. Antarktis weiß ich nicht mehr. Kann ich mich nicht mehr so richtig erinnern. Könnte sein. Nur ein, zwei, drei, fünf Mal habe ich schon Blauwal gesehen. CatDog, schon mal auf einer Expedition mit Fallen oder IEDs zu tun gehabt? Improvised Explosive Devices. IED, kennt man vielleicht aus dem Film oder so. IEDs nicht, aber Fallen, ja. Schon erlebt lebt und selbst gebaut. Beim KSK gelernt. Hey Robert, vielen Dank für deine Arbeit. Einfach nur geil. Eine Frage hätte ich. Können Unterwasseraufnahmen mit Dauerlicht beziehungsweise Auslösung nicht zur Sehbeeinträchtigung bei Meerestieren führen? Weiß ich nicht. Es gibt aber Meerestiere, denen tut das sicherlich nicht gut und es gibt welche, denen ist es völlig wurscht. Und man darf auch nicht vergessen, das Wasser schluckt Licht sehr, sehr schnell. Und dann ist das immer nur alles halb so wild. Dauerlicht ist sicherlich nicht so schlimm wie ein Blitz. Und bei solchen Meeressäugern wie Delfine oder so verwende ich auch niemals Blitze. Und Fische scheint es nicht zu stören. Außer im Aquarium, wenn ihr vor der Scheibe blitzt, die sind es dann, da verschwindet das nicht in den Weiten des Ozeans. Also Haie stürzt zum Beispiel gar nicht, aber im Aquarium geblitzt hatte ich regelmäßig, als ich damals hatte ich unter vielen Anstrengungen Hornhechte ins Aquarium gebracht. Das gab es in Deutschland nur einmal. Da war ich der Einzige, der die hatte. Und da haben dann Leute geblitzt und die Hornhechte sind gegen die Aquarienscheibe oder gegen die Wände und haben sich dann, der Schnabel ist bei einem Hornhecht normalerweise, naja, der ist so gut 10, 12, 15 Zentimeter lang und die hatten den sich bis zum Kopf abgestoßen durch immer wieder Leute, die am Aquarium geblitzt haben. Und als Aquarienleiter läufst du da durch und denkst, verdammte Scheiße, mach doch mal den Blitz aus. Es steht überall groß dran. Es wird euch am Eingang gesagt, 15 Mal drauf hingewiesen und es sind dann immer Leute, ich weiß nicht, wie das geht. Ja, guck dir die Tiere an. Schöne Scheiße. Das hat mich immer echt angekotzt. Merkt ihr jetzt schon. Da wäre ich schon wieder sauer. Meinungen zum Quastenflosser. Top. Das Tattoo wird irgendwann kommen. Latimeria Chalumne. Einer meiner Lieblingslateinischen Namen. Quastenflosser. Ey, mal ein Video zum Quastenflosser. Wie geil ist das denn? Kann ich viel drüber erzählen. Viele Bücher gelesen. Ich kenne den Typ persönlich, der ihn entdeckt hat. Also, stopp halt. Ich nehme das zurück. Nicht den Typen, denn eine Frau hat ihn entdeckt. Ich kenne aber den Typen, der ihn zum ersten Mal gefilmt hat. So. Können wir einmal ins Thema Laborfleisch reingehen? Kenne ich mich zu wenig aus? Ich habe noch nie Laborfleisch gegessen. Naja, gut. Und ist das Beyond Meat, ist das auch Laborfleisch? Mehr oder weniger. Ne, das ist ja Erbsenprotein. Die ist das. Aber Laborfleisch ist ja echte Fleischzellen im Labor gezüchtet. Ich kenne mich zu wenig aus. Dazu kann ich euch wenig erklären. Ist dein Lieblingsfilm Sharknado? Nein! Ihr kennt mich doch. Nicht Sharknado. Es ist Jurassic Park. Eins. Quetzalquatlus oder Argentavis? Quetzalquatlus. Wie findest du Rüdiger Nehberg? Guter Typ. Den habe ich als Kind mal gesehen. Wahnsinnig geiler Typ. Rüdiger Nehberg. Von dem können alle Survivalisten dieser Welt noch einiges lernen. Der war einer der krassesten. Kompensierst du deine CO2-Emissionen bei all deinen größeren Reisenprojekten? Ja. Ich versuche all das, was ich tue, klimaneutral bzw. CO2-neutral oder sogar CO2-negativ zu machen. Guck mal. Mein Buch kompensiert. Podcast kompensiert. Streams kompensiert. Autofahrten kompensiert. Flüge kompensiert. T-Shirts, Shop, Versendung. Alles kompensiert. Also ihr könnt ja nochmal auf der Webseite von Mission Erde gucken. Da trage ich eigentlich immer relativ aktuell ein, wie viel Regenwald ich schon gekauft habe und so. Da kriegt man schon so ein bisschen eine Idee, in welchen Größenordnungen das stattfindet. Freunde, ich muss aber jetzt wirklich los. Ich muss echt los. Wir müssen was drehen. Ein Ding drehen. Freunde, schönen Abend. Seid lieb. Ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen um Filme kümmern, aber ich gehe so schnell wieder rein, wie es mir möglich ist. Haut rein. Tschüssi. Und ich bin mit dem von O impairmast. Ich denke mal, das ist die erste Sekunde. Ich denke mal, das ist die erste Sekunde. Ich denke mal, I mit dem die ersten Sekunde. Ich bin mit dem Und ich oiler RP Covid Ich bin mit dem